Hallo, Edi! Da sind wir wieder. Äh, nun der dritte Versuch übrigens. Dritte Kamera, dritte Versuch. Und Action. Los geht's. Also. Diese Woche ist das Thema 1000 Abonnenten. Wir haben gerade geguckt, es sind schon 958. Äh, mein Schnuller darf einfach nicht fehlen. Nein, das ist der Schnuller von unserer kleinen. Naja, auf jeden Fall, 1000 Abonnenten, 958 haben wir schon. Das ist echt richtig gut. Wir sind echt stolz auf euch. Und wir sind auf der Zielgeraden und ja, wir brauchen eure Unterstützung. Genau. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, Jen hat ja gestern ein Video hochgeladen, in dem ihr Sachen vorschlagen solltet, was sie machen soll, wenn wir die 1000 erreicht haben. Genau. Und jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Genau. Und wir brauchen direkt eure Unterstützung. Denn wir haben nämlich einen Attentat auf euch geplant. Nein, keinen Attentat. Wir haben überlegt, wir machen einen Kettenbrief. Wie früher. Wie in alten Zeiten. Ist das schön. Also, wir wollen nämlich den Schneeball-Effekt oder so. Oh, man sieht ja da hinten unseren Computer. Ist ja lustig. Wir wollen nämlich den Schneeball-Effekt hervorrufen, sozusagen. Wir wollen, dass ihr an mindestens fünf Leute... Oh. Das ist unser Alarm, damit wir... Oh nein! Ach! Ach! Ich bin! Hier, hier! 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 Da! Oder hier! Warte! Ich mach schon mal rein! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Oh, war das knapp, Leute! Also, so sieht das dann aus, wenn unser Computer fast ausgeht und unser Alarm angeht und sagt, hey, ihr müsst mal den Computer an Strom schießen. Also, tut uns leid, dass wir gerade aufgesprungen sind, aber... Und zur Unterbrechung, es geht aber ganz schnell weiter. Der Schneeball-Effekt. Wir wollen, dass ihr an mindestens fünf Leute, homosexuelle Freunde oder Spaghetti-Frauen, also jeden, die ihr noch weich kochen könnt oder gerade denkt, vielleicht wechselt die gerade zum anderen Ufer. Spaghetti-Frauen. An die Pinnmann von Facebook oder Stuhi oder YouTube oder es ist ja auch völlig Wayne. Oder am besten eins Kanalkommentare, weil da sieht man das halt öffentlich und so. Ja, okay. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache an öffentlichen Platzen. Platzen. Hauptsache an öffentlichen Platzen. Also, an die öffentlichen Plätze schreiben und dann unter das Video schreiben sowas wie ich hab's weitergeleitet, ich hab's weitergeschickt, hab ich gemacht, ich hab das Geld getan. Oder sowas. Und dann werdet ihr in unseren großen Topf geschmissen. Hut, Mütze, Schuhe. Egal was. Auslosungstopf. Genau. Auf jeden Fall werdet ihr da reingeschmissen. Bei dann... Ein Zettel. Genau, bei dann, auch wir sitzen wie so Geschichten erzählern. Bei dann, ähm, gibt es nämlich die Chance, dass ihr was gewinnen könnt. Und zwar wisst ihr ja schon von den anderen, ihr werdet vielleicht ein von fünf Button von uns gewinnen. Genau. Die wir jetzt gerade nicht bereit haben. Aber ist ja nicht so schlimm. Äh, das reicht jetzt auch mittlerweile mit den drei Kameras. Da hab ich jetzt echt mittlerweile fast die Geduld verloren und, äh, die Kameras fast alle in den Müll geschmissen. Aber nicht so schlimm. Doch. Schon schlimm. Nicht egal. Egal, egal. Also, Nina, hast du gerade Plattel, oder? Nein, also... Ist bei euch eigentlich auch schon Weihnachtsstimmung? Guck mal. Oh ja. Ist bei euch auch schon Weihnachtsstimmung? Wir haben gehört, in Deutschland hat es geschnallt. Ah! Wir wollen auch schnallt. Bei uns scheint noch die Sonne. Warte, wir können ja mal gucken. Oh nein, Scheiß. Scheint noch die Sonne. Seht ihr das? Ach, keine Ahnung. Ob es jetzt scheiße ist oder nicht? Na, egal. Also, auf jeden Fall brauchen wir eure Unterstützung. Ihr müsst abonniert haben an fünf... Genau, nur wenn ihr abonniert habt, kommt ihr nämlich auch mit in den Pott. Genau. Ihr müsst abonniert haben, mindestens an fünf Leute geschrieben haben und unter das Video geschrieben haben, ich hab's gemacht, ich bla... Irgendwie sowas halt. Also, es ist... Und dann kommt ihr in den Topf und könnt den Button mitnehmen. Dann kann ich auch noch mal sagen, also, Leute, euch kostet das ja nichts, wenn ihr uns helft. Und wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, damit Lesben, wie uns geholfen... Oder euch. Oder euch. Also, geholfen wird, also... Bei... Zu outen oder egal was. Das ist ja eigentlich ein gemeinnütziges Projekt, was man vielleicht fördern kann. Genau. Und zu mehr Popularität verhelfen kann. Und vielleicht sogar am Ende zu Akzeptanz und Weltherrschaft von allem. Von dem Sonnensystem. Und allem. Nein, also, soweit waren wir jetzt vielleicht auch. Aber erst mal, erst mal, erst mal die tausend Abonnenten. Ja, das mit dem Sonnensystem können wir ja dann später nochmal überlegen. Also, abonniert uns, schickt weiter und ihr könnt gewinnen. Ach, nächste Woche habe ich wieder kurze Haare, weil Jana mir die Haare schneidet. Wir sehen uns dann nächste Woche und hoffen, dass wir die tausend noch erreichen. Ja, drückt uns die Daumen. Bald, drückt uns die Daumen. Wenn so weiter geht, vielleicht schon am Ende der Woche. Also, ihr Lieben, macht's gut. Ein schönes Wochenende. Ui, das wäre schon ein Wochenende. Ist doch schön. Ja. Wir haben Wochenende, oah. Nein, noch nicht ganz, aber fast. Also, Jana, Jana, bitte mit deinem Schnuller zu mir. Chupete. El Chupete. Also, wir können ja jetzt immer so Spanisch unter uns spielen. Aua. Au, zu mir halt, ich glaube, der Schnuller. El Chupete. Also, die Brille. Nicht zu viel. Okay. Warte. Also, lasst es euch gut gehen. Genau, lasst es euch gut gehen. Verwöhnt euch am Wochenende. Geht feiern oder nicht. Kocht was Schönes. Oder nicht. Oder gehen wahren. Aber nicht das Essen vergessen. Was ist Essen? Ja, weil wenn wir kochen sollen oder nicht, verstehst du nicht. Die werden das schon verstehen. Okay, also, lasst es euch gut gehen. Geht Schlitten fahren. Aaaaaah. Macht einen Schneefallschlauch. Aaaaaah. Ich will auch. Okay. Okay, haut rein. und bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Und danke für eure Unterstützung. Danke für eure Unterstützung. Immer schön weiterleiten und dann unterschreiben und abonnieren. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschau.